Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast rund ums Fahrrad und die nächste Grand Tour steht vor der Tür. Und wenn eine Grand Tour vor der Tür steht, dann habe ich den Thomas in der Leitung. Guten Abend nach München, lieber Thomas. Hallo, schönen guten Abend nach Köln, lieber Christian. Wir müssen nicht lange überlegen, welche Grand Tour das ist. Wir hatten den Giro, wir hatten die Front Tour de France. Es ist die wunderschöne Vuelta, früher die Grand Tour der Verlierer der Saison. Mittlerweile, glaube ich, hat sie so ein bisschen den Ruf auch, finde ich, abgelegt. Also ich finde, die Vuelta, so in meiner Wahrnehmung hat sich die letzten Jahre und vielleicht auch Jahrzehnte immer zusehends gemacht in meiner Wahrnehmung. Ja, hat sich entstaubt. Also auch dadurch schon bedingt, dass sie Mitte der 90er ja noch im Frühjahr war und dann konkurriert hat, auch teilweise mit dem Giro d'Italia. Und allein schon dieser Termin im Herbst hat ja viel gebracht. Ja, genau. Wir streifen vorher noch durch andere Gefilde, um uns updaten zu lassen über kleine Rennen. Aber vorab eine kurze Information. Wir nehmen heute auf. Das muss man in der heutigen Tatsache vielleicht immer ein bisschen genauer noch sagen. Aldi, weil ja Corona immer noch unterwegs ist und es ja immer bedeuten kann, dass sich noch etwas ändert. Wir nehmen heute am Montag den 15. glaube ich. Du hast doch heute frei. Du musst sowas nicht wissen. Ja, am 15. Am 15. Ich werde vermutlich veröffentlichen, wenn alles so läuft, wie ich mir das vorstelle, am 17. Das heißt, zwischen Montag und Mittwoch können sich natürlich alle möglichen Veränderungen noch ergeben. Im Sinne von, der Pfarrer wird doch nicht starten, der Pfarrer startet jetzt stattdessen oder oder oder. Oder seht es uns deswegen nach. Also deswegen die klare Information. Wenn der Stand, alles was wir heute sagen, ist Montag 15.8. Kann auch sein, dass ich morgen einen Sack voll Geld draußen finde und dann den Thomas noch einlade und wir fahren persönlich zur Vuelta. Wer weiß. Alles möglich. Du bist ja gar nicht so weit weg. Ja, aber das mit dem Sack Geld halte ich dann doch insgesamt für relativ unwahrscheinlich. Seien wir ehrlich. Wer weiß. Wer weiß. Okay. Dann suche ich morgen ein bisschen genauer. Kommen wir dann doch nochmal zu dem, was sich bisher so auf den anderen Rennstrecken getan hat, die du verfolgt hast. Und zwar ist das das erste, ein relativ angesehenes, großes Rennen. San Sebastian. Ein Tagesrennen in Spanien natürlich. Und da hast du mir eingetragen, dass der Einfahrer in einer ganz eigenen Liga gefahren ist. Und das war keiner von den ganz Unbekannten. Ja, Remco Elvenepul, der war im Trainingslager, während die anderen oder viele der Teilnehmer bei der Klassiker San Sebastian die Tour de France bestritten haben. und kam dann zurück, war sein erstes Rennen und er hat es 2019 schon gewonnen. Auch in ähnlich beeindruckender Manier, wie es er jetzt drei Jahre später 2022 wiederholt hat. Also der ist da, meine ich, im vorletzten Aufstieg schon weggefahren. Mit Simon Yates, glaube ich, zusammen war das, oder? Genau. Und da dachte man ja eigentlich so, gut, die beiden fahren jetzt in Richtung Ziel. Aber Remco Elvenepul ist einfach so schnell gefahren, dass da Simon Yates nicht mehr am Hinterrad mitfahren konnte. Aber das auch, ich habe es durch eine der wenigen Rennen, wo ich dann nochmal sagen kann, ja, habe ich auch gesehen. Ich glaube, weil du es mir so dringend empfohlen hast und mir auch genau gesagt hast, obwohl ich gucken muss. Yates sah aber auch, also das sah so ganz komisch, fand ich, aus. Weil der sah gar nicht so aus, als würde der da so groß straucheln oder als würde der da so kämpfen, um am Hinterrad zu bleiben. Sondern ich dachte in dem Moment, naja, gut, also der verliert jetzt, der verliert gar nicht so viel Zeit. Der wird jetzt einfach sein Tempo halten, auch ganz klug eigentlich, nicht all in gehen, schon so weit vorm Ziel, um dann komplett zu explodieren. Aber der hat ja so schnell so viel verloren an Zeit dann auch auf Elvenepul. Ja gut, der war oben auf diesem Berg, der nicht gleich in der Abfahrt geht, so 40 Sekunden dahinter. Und da so noch 30 Sekunden hinter ihm war eine Verfolgergruppe und der hing dann zwischen Baum und Borke. Also nach vorne hat er wenig Chancen gehabt, alleine auf diesem langen Flachstück zum letzten Berg da wieder ranzukommen an Remco Elvenepul. Und ja, hinten, die Gruppe war sich auch nicht wirklich einig. Also ja, musste er so ein bisschen zwischen Pest und Cholera wählen und er wurde dann letzten Endes da eingeholt. Und die Gruppe, ja, die Verfolgergruppe, die waren sich alle auch überhaupt nicht grün. Ja, aber es hat mir ein bisschen leid ums Ammon jetzt, weil ich dachte im ersten Moment so, naja, okay, das ist seine Taktik, vielleicht geht es ja auf. Aber ich glaube, wenn er irgendwie eine Chance gehabt hätte, dran zu bleiben, wäre das für ihn die bessere Option gewesen. Aber klar, hinterher ist man immer glüger und ja, Elvenepul ganz dramatisch gut, möchte ich fast sagen, an der Stelle. Also kann echt, scheint ihm zu liegen das Rennen, auch von der Länge her, feine Sache. Ja, so ein Tagesrennen ist ja bärenstark und die Sache ist halt immer die, er kann das so an einem Tag oder vielleicht auch zwei oder drei so abziehen. Also so eine Show jeden Tag, aber dann, weil wenn es dann mal um eine Grand Tour geht, hat man ja auch schon gesehen im letzten Jahr beim Giro, dass ihm da recht schnell der Stecker gezogen wurde. Ja, aber mein Gott, also er ist 22, er muss ja jetzt noch nicht alles können. Ne, ich finde, also sprechen wir später auch nochmal drüber, er muss vor allem lernen, sich die Kräfte besser einzuteilen. Ja, das stimmt wohl so. Das war die Klassiker San Sebastian, würden wir noch weitermachen mit der Polenrundfahrt, die du uns hier auf den Tisch gelegt hast. Was gibt es da, da habe ich nichts von mitbekommen, muss ich gestehen. Außer doch, ich glaube, eine Sache habe ich mitbekommen, war da nicht diese Abfahrt auch, dieses Zielankunft? Nein, das war bei der Burgosrundfahrt. Oh, ja. Also bei der Polenrundfahrt gab es auch einen ziemlich heftigen Sturz oder mehrere sogar, was man jetzt, naja, also da kann man jetzt nicht so, wie damals bei dem Sturz von Fabio Jakobsen, den Veranstalter zur Verantwortung ziehen. Aber das, was du meinst, war wahrscheinlich, dass bei der Burgosrundfahrt so eine Abfahrt runterging zum Ziel, richtig schnell mit Schuss kamen die Fahrer da runter, waren vier oder fünf Jumbo-Fahrer vorne und der dritte in der Reihe ist auch über diese Bodenwelle drüber gefahren, aber ihm hat es den Lenker aus der Hand geschlagen. Da sind etliche Leute, wahrscheinlich so mit Tempo 70, in allmögliche Absperrungen geflogen. Ja, das sah sehr, sehr, sehr unschön aus. Ist mir übrigens auch am Samstag was passiert. Also auch so einmal an einer Stelle nicht aufgepasst und so Lenker aus der Hand geschlagen. Also auch da, wenn ich mich in einem Feld bewegt hätte, hätte das durchaus böse ausgehen können. Insofern, ja, immer schön Hände fest beide am Lenkrad haben. Hat noch niemandem geschadet. Die Puppi-Paws-Haltung, wie ich jetzt gelernt habe, ist verboten. Ganz ehrlich, ich hätte es vergessen, aber ich habe heute Morgen noch gedacht, da muss ich dich darauf ansprechen. Kanntest du den Begriff Puppi-Paws-Haltung? Nein, war mir auch neu. Dann bin ich ja zufrieden und beruhigt. Es geht darum, dass Frau Voss, Marianne Voss, die deswegen bei einem Rennen dann disqualifiziert wurde. Ja, und ich habe auch die Überschrift gelesen. Also bitte, wir äußern uns deswegen nicht über den Frauensport, nicht weil wir das nicht irgendwie von größter Hochachtung irgendwie hier, also nicht da immer wieder unseren Hut vorziehen. Auch die Tour de France der Frauen ist wirklich einfach ein fantastischer Event gewesen von allem, was ich da gesehen habe. Und ich habe von allen Ecken und Enden nur gehört, wie toll es war. Aber das ist einfach nicht unser Fachgebiet. Also da kennen wir uns nicht aus. Und da möchte ich an Regines Radsalon verweisen, die mit der, ich komme jetzt nicht auf den Namen, cyclista.net, Karolin, Gott sei Dank, wirklich auch eine hervorragende Ansprechpartnerin hatte. Kann ich an der Stelle nur gerne hinverweisen, die einen kompletten Recap der Tour de Femme gemacht haben. Und das ist ja auch bei uns, das eint uns ja. Also Regine in Berlin, ich in Köln, in den Großstädten und dann die Karolin und du beide in der bayerischen Provinz. Das passt ja dann auch im Vergleich dazu. In der Provinz, das stimmt wirklich. Die Spitze konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Nee, das, was du meintest, war bei dem Rennen Post-Nord-Vorgada-West-Zweden, wo Marianne Voss da disqualifiziert wurde. Mit der Puppi-Paw, ich hatte es, war mir vorher auch nicht bekannt. Ich musste auch nach der Überschrift erstmal googeln und hab's dann sofort gesehen. Also dieses Ablegen der Hände vorne. Und ich glaub, der Karsten Miegelz hat's auch sofort in dem Moment, wo er's gesehen hat, schon erwähnt. Also zumindest gesagt, oh, 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 oh. Aber den Puppi-Paw kannte ich noch nicht. Wieder was gelernt. Allerdings, wenn ich bis jetzt nochmal durchgekommen bin, ohne diese Haltung, also ohne die Bezeichnung, dann werde ich's auch, glaube ich, weiter durchhalten. Ja, Polenrundfahrt. Zwei deutsche Etappensiege, sehr erfreulich. Etappe vier gewonnen von Pascal Ackermann in einem ziemlich komischen Bergaufsprint, wo es um fünf Kurven ging. Und Etappe fünf danach dann gleich gewonnen von Phil Bauhaus, auch in einem reduzierten Massensprint, sag ich mal, der durch einen Sturz beeinflusst wurde. Okay, gewonnen insgesamt Ethan Hatcher von Ineos. Genau, und bemerkenswert noch, das Bergzeitfahren auf Etappe sechs war das. Das war ein 11,8 Kilometer langes Bergzeitfahren, wo Timin Ahrensbein gewonnen hat, aber Marco Brenner auf Platz fünf gefahren ist. Das war schon sehr, sehr stark. Helf mir, Marco Brenner, hilf mir nochmal auf die Sprünge. Das war, den du mehrfach schon als das große Talent ausgerufen hast. Kann das sein, 19-jähriger Augsburger? Ja, also er ist jetzt auch für die Vuelta nominiert, also für seine erste große Landesrundfahrt. Und vielleicht so ein bisschen die Parallele auch zu Lennart Kemner, der damals ja auch seine erste Konto bei der Vuelta bestritten hat und da auch einige Achtungszeichen setzen konnte. Also er ist jetzt nicht so schnell in der Entwicklung Marco Brenner wie vielleicht Remco Ebenöpol, aber das zeigt doch jetzt, wenn man sich auch seine Resultate jetzt in den letzten zwei Jahren anguckt, dass es vielleicht doch die richtige Entscheidung war, den Weg zu den Profis direkt zu gehen, die U23-Kategorie zu überspringen. Und das sieht nach einer sehr gesunden Progressionskurve aus. Ja, ist dann auch zwölfter geworden insgesamt bei der Tour de Polen. Wahrscheinlich auch aufgrund dieses guten Ergebnisses der fünfte Platz bei diesem Zeitfahren. Ja, und hoffen wir mal, dass er also im Team DSM dann guten Händen ist, kann ich mir gut vorstellen, und langsam aufgebaut wird. Und schön, also ich verliere ehrlich gesagt so ein bisschen sogar den Überblick bei den neuen deutschen Talenten, ich sag mal im Alter zwischen 17 und 23. Ich muss mir da mal irgendwie so eine Übersicht verschaffen nochmal in Ruhe, weil da kommt ja einiges nach. Ja, auch noch erwähnenswert, Felix Engelhardt wird jetzt im nächsten Jahr Profi, also World2Profi bei Team Bike Exchange. Ah, okay, noch einen Namen, den ich mir auf die Liste schreibe. Okay, und dann kommen wir schon zum nächsten Rennen, was du vor Ort gesehen hast, also wo wir quasi Live-Berichterstattung vor Ort hatten. Und zwar, das war das bei der letzten Sendung auch schon angekündigte Europäische Meisterschaftsrennen. Ist das die richtige offizielle Bezeichnung? Wahrscheinlich nicht. Europameisterschaft, ja. Europameisterschaft, okay. Okay. Erstmal, wie war es? Also ich wurde gestern korrigiert, als ich meiner Frau sagte, übrigens der Thomas ist heute beim Odeonsplatz. Da habe ich direkt erstmal einen Einlauf bekommen. Das heißt Odeonsplatz. Das wurde auch im Fernsehen die ganze Zeit so gesagt, ja. Wie wurde es gesagt? Auch falsch? Ja, so wie du es gesagt hast, genau. Da bin ich ja beruhigt. Also dann möchte ich das nochmal zur Diskussion stellen, wie jetzt die richtige Bezeichnung ist. Ja, das möchte ich mal da hingestellt lassen sein. Du möchtest dich also aus der Affäre ziehen. Gut, gut. Seid ihr gegönnt? Also es heißt Odeonsplatz dann. Okay. Wie war es? Also beschreib mal so ein bisschen das Ambiente erstmal. Also jetzt abgesehen vom Ergebnis. Ja, also es war halt so ein Stadtkurs zum Schluss. Also generell das Drumherum, wer hier aktuell so in München ist und mal ein bisschen durch die Stadt fährt, der merkt schon, dass da doch jetzt mittlerweile eine recht große Begeisterung da ist für diese European Championships. Also das wird sehr gut angenommen, vor allem die Gegend rund um den Olympiapark. Also das ist Begeisterung pur momentan, möchte ich sagen. Und auch die Radsportwettbewerbe, die Bahnwettbewerbe werden sehr gut angenommen, weil auch die Deutschen da sehr erfolgreich sind. Die sind an der Messe draußen Richtung Osten. Und ja, jetzt das Straßenrennen der Männer war jetzt der erste Straßenwettkampf bei diesen European Championships hier. Also es kommt dann am Mittwoch Zeitfahren von Frauen und Herren und dann am Sonntag, meine ich noch, das Straßenrennen der Damen. Und ja, also wie war es dann vor Ort? Gut, finde ich aber krass, dass die das so weit auseinander dehnen, weil ich dachte mir eigentlich, okay, wenn du die Infrastruktur für ein Rennen hast, das dann alles so schnell hintereinander abwickeln, wäre vielleicht einfacher. Naja, es ist ja so, dass zum Beispiel das Zeitfahren, die finden auf einem Kurs statt, aber das ist alles in Fürstenfeldbruck. Also hat gar nichts mit München im Prinzip zu tun, sondern ist außerhalb. Und das Straßenrennen der Damen hat ja auch eine andere Streckenführung. Die fahren ja in Landsberg los, also kommen dann auch anders rein. Klar, müssen auch wieder in die Münchner Innenstadt, aber ich denke, das hält sich dann logistisch in Grenzen, was das angeht. Und wie war es? Ja, wie war es? Also vor Ort erst mal, also man hat schon so gemerkt, dass die Leute das zumindest mal wussten hier in München, dass da irgendwie da die Straße gesperrt ist, so in der ganzen Innenstadt und so, wurde da nach und nach voller. Also ich bin dann 12 oder 13 Uhr, kurz bevor die Fahrer dann das erste Mal auf diesen Rundkurs in der Münchner Innenstadt kamen, war ich dann da. Und man hat da auch, also da haben sie sogar so Tribünen am Ziel aufgebaut, da habe ich dann noch einen Platz bekommen. Das war echt gut zum Zuschauen, also da konnte man alles wunderbar, hatte man im Blick. Es war natürlich so ein bisschen wie so eine Sardine, die in der Sonne gegrillt wird, wenn man da saß, weil man war der Sonne da schonungslos ausgesetzt bei so ein bisschen mehr als 30 Grad. Und wenn man da drei oder vier Stunden dann sitzt, dann ist das schon, ohne gute Getränke hätte man das auch nicht durchgehalten, glaube ich. Also von daher, dafür war aber gesorgt zur Ververlegung und alles, gab es da genügend Imbissbuden und so Zeug. Wir waren gestern auch draußen unterwegs, ich habe glaube ich einer, wir hatten fünf Liter Flüssigkeit mit, die wir in zwei Stunden uns gegeben haben. Ja krass. Entschuldigung für die Unterbrechung. Ja und dann war es dann ja so, dass dann die Fahrer nach und nach da ihre Runden absolviert haben. Und was man natürlich auch gemerkt hat, so dass 90 Prozent der Leute ja gar kein Radsportpublikum sind. Also es sind einfach so Zuschauer gewesen, die, wenn du mit denen dich unterhalten hast, dann musst du erst mal das Regelwerk erklären. Und wer fährt da überhaupt? Also ist das jetzt Triathlon, ist das irgendwie Straßenradsport oder was machen die da jetzt genau und was haben die alle für komische Trikots an? Weil wenn, wenn man sich überhaupt noch mit Radsport so ein bisschen einen Annäherungspunkt hat als gemeiner Bürger, sage ich mal, dann ist es eher die Tour de France und da waren ja Firmenmannschaften und nicht die Nationalmannschaften. Also selbst ich als Radsportkenner, sage ich mal, musste sich da erst mal mit diesen ganzen Trikots zurechtfinden. Wer hat da was an? Und ja, und gut, aber die Stimmung war natürlich super. Also den Leuten wurde dann natürlich auch ordentlich eingeheizt durch irgendwelche, ja, Show-Einlagen oder sonst irgendwie was. Du sagst es jetzt, dass die Leute, die da waren, teilweise dann nicht so, also nicht so Fahrradnerds wie wir es oder wie du es, vor allen Dingen habe ich ja so ein bisschen mit denen man das erst mal erklären musste. Wie sind die denn da hingekommen? Also blöd gefragt. Also es war ja jetzt, wann war das? Gestern? Nee, doch gestern, ja. Am Sonntag. Sonntagnachmittag. Also haben die sich überlegt, okay, wir gucken mal heute in die Liste, alles klar. Heute findet statt Kanu, heute findet statt Leichter. Ich gehe mal zum Radrennen. Ja, wahrscheinlich das zum einen und zum anderen ist natürlich da die Gegend. Also das ist auch so eigentlich, ja, die Ecke so der Touristenmagnet von München. Also wenn, da sind sowieso immer so viele Menschen unterwegs und wenn dann sowas da auch noch umsonst angeboten wird, da sagen die Leute natürlich nicht nein. Also das hat man schon genau an die richtige Stelle im Prinzip gelegt. Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob es da Tickets nötig waren oder ob man da einfach so auf diese Tribünen kam. Konnte man einfach auch so, ja, genau. Also das war gar nicht nötig. Man musste nur halt rechtzeitig da sein, um da noch einen Platz zu bekommen. Aber es gab auch noch so ein, zwei andere Stellen, also zum Beispiel am Friedensengel. Das ist ja quasi so eine, wo sie so eine Runde gefahren sind, einmal um das Ding rum. Also wo man die Fahrer auch dann von zwei Seiten sehen konnte. Das war auch noch eine sehr gute Stelle, wo man gucken konnte. Wie ist das denn ausgegangen? Das gehört ja auch dazu. Am Ende dann doch recht deutlich. Fabio Jakobsen wird Europameister für die Niederlande vor Arno de Mar und de Merlier. Okay. Ich habe es selbst, stand so quasi, ja, also direkt auf der Höhe des Zielbanners quasi und habe es selbst viel deutlicher empfunden, den Sieg von Jakobsen, als das es dann letzten Endes war. Also das Finale war sehr chaotisch. Ja, man hatte an diesem Siegestor, was man hier auf dem Siegerfoto auch noch im Hintergrund sieht, ähnlich dem Arc de Triomphe auf den Champs-Élysées in Paris, so eine Wende noch gefahren. Aber das Problem ist, da musste das ganze Feld natürlich total runterbremsen und dann neu anfahren. Und ja, da waren alle Züge durcheinander. Waren die Italiener vorne, sah so aus, als hätten die das einigermaßen im Griff. Aber da sind dann zwei Leute ausgeschert und dann, ja, ist jeder im Prinzip so für sich gesprintet. Aber Jakobsen einfach der Schnellste an dem Tag. Gab es denn während des Rennens auch so Nummern, wie man das von Weltmeisterschaften kennt? Warum fährt denn der jetzt auf einmal so alleine, wo er doch gar keinen Kapitän hat und so weiter? Warum spannt sich jetzt der Portugiese vor die Italiener, weil der zufällig bei denen auch im Team ist oder so, so Nummern? Also das so offenkundig. Nee, sowas ist mir nicht aufgefallen. Was mir nur aufgefallen ist, unterwegs so, ja gut, einmal wurde da halt die Spitzengruppe so ein bisschen falsch geleitet, sage ich mal. Also die sind, die sollten in so einen Anstieg reinfahren und sind dann halt eine Straße zu spät abgebogen, wo dann halt gerade ein Auto rausfahren wollte irgendwie. Und sind dann durch so eine 50 Zentimeter breite Einmündung reingefahren, sind dann auch wieder zurück auf die Strecke gekommen. Die Deutschen müssen sich erstmal wieder an den Radsport gewöhnen, weißt du? Dass hier Radrennen stattfinden, das ist ja nicht von Ungewinn. Das ist ja etwas Neues hier in diesem Land. Aber ich glaube keine schlechte Werbung. Also alle Bilder, die ich gesehen habe, waren gut. Der Straßen, der Bahnsport, ja eh immer schon Deutschland gut angenommen und auch erfolgreich. Also bin gespannt jetzt auch die Deutschlandtour, die ja vor der Tür steht, wie das angenommen wird. Ich glaube, vielleicht sind wir Deutschen langsam doch wieder ein bisschen offener dafür. Und auch hier so die ganzen Dokus über Ulle, die jetzt laufen und zu hören waren und gesehen wurden und so weiter. Vielleicht ist so der Wendepunkt erreicht, dass man zumindest wieder normal mit unserem Sport, sage ich mal, umgeht. Da gebe ich dir recht. Also das Interesse am Radsport ist da und nimmt auch zu, bedingt durch deutsche Erfolge, die auch immer noch da sind und dadurch natürlich auch, dass viele Leute selber Rad fahren. Aber was jetzt dieses Straßenrennen der Männer angeht in München, da gehen ja die Meinungen total auseinander. Also welche sagen, totale Grütze, also was soll die Strecke? Und andere sagen, ja, alles richtig gemacht. Also aus Sicht des Veranstalters mit Sicherheit, wenn man so Tourismuswerbung für München und die Region machen will, dann hätte man die Strecke eigentlich gar nicht besser führen können, weil die sind da an allen möglichen Seen vorbeigefahren. Ja, so haben alle Sehenswürdigkeiten da in der Münchner Innenstadt mitgenommen. Aber der Kontrapart sagt natürlich auch, also als ich mir das dann angeguckt habe, auch diesen Stadtkurs, das ist ja schon so sehr grenzwertig gewesen, weil es war alles abgesperrt mit Gittern. Und überall, wer die Münchner Innenstadt kennt, weiß, dass es ein Albtraum für Fahrradfahrer einfach ist. Also überall Baustellen, du kannst keine 50 Meter irgendwie fahren, ohne dass irgendwie so eine Ballustrade am Straßenrand steht. Und ja, es gab dann ja auch einen Unfall, wo dann Pascal Ackermann gestürzt ist und eben genau an so einem Absperrgitter hängen geblieben ist. Und da muss man auch wirklich so sagen, wo ich mich dann gefragt habe, dass die Leute das nicht lernen oder warum nimmt die UCI sowas ab, dass immer noch diese Absperrgitter mit den Füßen nach innen da stehen können. Klar, die müssen oder haben da den ganzen Rundkurs abgesperrt, aber es gibt ja diese Ballustraden, die ohne Füße nach innen auskommen. Aber das eine heißt ja nicht, dass das, also bloß weil das eine richtig ist, heißt ja nicht, dass das andere nicht auch richtig sein kann. Also das, ich finde so ein, wie du es beschrieben hast, jetzt so ein Kurs, dass das eine Werbung für die Stadt, die Region und so weiter ist. Das macht ja jede Weltmeisterschaft, jede Europameisterschaft, jede Grundtour hier in gewisser Hinsicht. Das sind ja alles Werbeträger für die Gegend, immer. Und bloß weil das richtig ist, das scheint ja, alles was ich auch mitbekommen habe, scheint das ja wirklich fantastisch gelaufen zu sein dann. Was aber nicht heißt, dass die zweite Aussage nicht auch richtig sein kann. Nichtsdestotrotz muss man dann aber auch machen, auch hier wieder die marginal gains vielleicht den Unterschied zwischen einer perfekten Veranstaltung und einer guten Veranstaltung. Ja sowas, da merkst du halt einfach, dass in Deutschland wenig Radrennen organisiert werden. Also so wie das dann da teilweise mit diesen Gittern war, das war einfach, muss man so sagen, katastrophal, finde ich. Und mich wundert es, dass da nicht mehr passiert ist. Also da sollte man jetzt vielleicht vor dem Frauenrennen, wenn das da auch noch kommt, dann nochmal beigehen und das so ein bisschen überdenken mit diesen Absperrgittern, weil da gab es mehrere Situationen, in denen das da sehr brenzlig auch war. Aber klar, zur Strecke, was du gesagt hast, rein sportlich gesehen, wäre es attraktiver gewesen, sie wären quasi andersrum gefahren, also aus München los und dann in Richtung Alpen, Voralpen gefahren. Aber ja so, also jeder, der hier irgendwie in München wohnt, hat natürlich wahrscheinlich das ganze Rennen geguckt, weil es genauso ziemlich die Strecken sind, wo man immer selber lang fährt. Und es ist dann so ganz interessant gewesen, das dann auch mal so zu sehen von oben und aber auch irgendwie demoralisierend, wenn man dann sieht, da ist dann jetzt halt so eine kleine Welle. Also es gibt da beispielsweise so einen kurzen Anstieg in Eurasburg, der hat so 18 Prozent Steigung über 200 Meter. und man selbst ist da irgendwie froh, wenn man da hochgekrochen kommt und die drücken da einfach kurz drüber. Also das ist schon krass, was das für ein Unterschied ist. Hat man dich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt jetzt? Ja, mich brauchst du da nicht zurückholen, aber ich denke so wahrscheinlich der ein oder andere Hobbyfahrer hier aus München denkt sich dann auch, oh ja, da fehlt da, ist es dann schon eine ganze Latte bis zu den Profis noch. Okay, okay, haben wir das auch. Ich würde sagen, damit machen wir jetzt den Sack hier zu und nach einer kurzen Pause, die wir jetzt hier eingelegt haben, kommen wir wieder zurück und kommen dann zu dem wohl heute wichtigsten Tagesordnungspunkt und auch dem Tagesordnungspunkt, der uns die kommenden über drei Wochen oder gut vier Wochen, wahrscheinlich vier Wochen eher schon fast, ne? Ja, also wenn man jetzt die Woche, ne? Unbedingt dadurch, dass es auch wieder an einem Freitag startet, ja, kann man schon so sagen. Ja, also wird uns so einen guten Monat mitnehmen. Die Vuelta 2022, 2022, die Spanien-Rundfahrt und ja, wir werden es wie immer machen, wir machen vorher so ein kleines bisschen, einmal über die Strecke drüber gucken, einmal über die Favoriten drüber gucken und was es sonst noch alles so unserer Meinung nach berichtenswert ist, gibt vor im Vorfeld. Wie gesagt, wir nehmen heute am Montag auf, das heißt bis zum Start der Vuelta kann durchaus nicht noch das ein oder andere ereignen und ja, das haben wir dann halt nicht, ne? Also muss man einfach so ehrlich sagen, das werden wir dann wahrscheinlich in der ersten Sendung oder in der ersten Folge nach den ersten paar Tagen. Dann aufgreifen, wie sehr auf einer Skala von 1 bis 10 freust du dich auf die Vuelta oder wie sehr ist dein, wie soll ich sagen, Grand Tour-Fieber schon zum Ältischen gekommen? Sehr, ja, also muss ich sagen, zumindest so wie auf die Tour de France, zumal ich jetzt auch gerade oder jetzt zuletzt dieses Buch mal gelesen habe, Vuelta, Skelta, also wo es darum geht, so ein bisschen von Tom Moore, wo er die Strecke, die alte Strecke der Vuelta abfährt und gar nicht mal so selbst um das Rennen geht oder um seine Geschichte da, sondern vielmehr um so spanische Geschichte, also so, dass man sich ein bisschen mit dem Land auseinandersetzt und mit der Bürgerkriegszeit und so weiter und so fort. Von daher, vor dem Hintergrund bin ich dann schon so ein bisschen im Spanien-Fieber jetzt. Dann werde ich dir auf jeden Fall, es wundert mich eigentlich gar nicht, ich wusste noch nicht, dass du das Buch, hast du das von mir? Nee, ne? Das war ich nicht. Nee, das habe ich anderweitig. Nee, nicht jedes Buch, was du hast, hast du von mir, aber ich hatte das glaube ich auch mal und ich weiß nicht mal, ob ich es noch habe oder nicht. Deswegen war ich gerade nur so unsicher. Dann werde ich dir auf jeden Fall, bevor wir irgendwann mal, was ich eines meiner schönsten, also größten Wünsche ist, mit dir zusammen mal den Wohntum hochzufahren, werde ich dir auch auf jeden Fall das Wohntum-Buch geben, weil dann bist du danach, also da weißt du quasi erstmal über jeden kleinen Stein etwas. Und zwar, da bist du ja auch jemand, der sich so Vorfreude selber anarbeiten kann, würde ich mal sagen. Ja, ich bin auch, also ich bin ja sehr, ich will nicht sagen sehr Spanien-affin, aber ich mag durch mehrere Aufenthalte da auch Spanien schon recht gerne. Und freue mich auch da jetzt so lange, also ich bin noch nicht im Fieber drin, aber ich glaube, ich komme da relativ schnell rein, wenn es da mal losgegangen ist. Und das ist ja jetzt am Freitag so. Offizielle Route der Vuelta. Es wird wie immer sehr bergig, zumindest das, was ich bisher so im Überblick gesehen habe. Wir starten in Utrecht, also auch diesmal geht es in den Niederlanden los. Ja genau, also wie schon der Tour de France Start 2015 und beim Giro 2010, meine ich, ist da auch schon eine Etappe angekommen, ist vielleicht auch für deutsche Radsportfans eine Gelegenheit, mal die Vuelta zu sehen. Also ich kann mich daran erinnern, vor ein paar Jahren war das mal, da sind die mal ganz kurz, manchmal waren sie auch in den Niederlanden, mit der Vuelta über die deutsche Grenze so übergefahren. Ja, das erinnere ich nicht mehr, aber das heißt nicht, dass es nicht so war. Was ich finde, wenn ich mir so die ganze, so den Streckenplan angucke, eigentlich schon kleiner Kritikpunkt oder wo ich mir auch vorstellen kann, dass die Profis da nicht sehr angetan sind. Ich habe so gefühlt, gibt es sehr, sehr viele Transfers. Also wenn ich mir so angucke, im Vergleich zum Giro und Tour, die meiner Meinung nach in den letzten Jahren versucht haben, möglichst wenig Transfers zu fahren, Start, Zielort immer sehr nah beieinander oder sogar der gleiche Ort. Es ist diesmal so, dass ich echt so ganz häufig. Also du hast ja im Prinzip drei große Transfers. Einmal den Transfer aus den Niederlanden nach Nordspanien ins Faskenland und dann fahren sie da in Nordspanien und dann gibt es dann am zweiten Ruhetag den Transfer nach Südostspanien und von da geht es dann aber schon so eigentlich geregelt weiter, finde ich. Ja, euer Ehren, ich möchte Einspruch erheben. Also ich finde schon, also guck mal, gerade wenn du dann von Alicante, da gibt es dann wahrscheinlich, in Alicante gibt es dann einen Zeitfahren. Genau, nach dem Zeitfahren geht es dann jetzt bestimmt auch nochmal so ein Transfer. Dann unten von Cabo de Gata wieder ein Transfer rüber. Dann gibt es später nochmal den Transfer von, weiß ich jetzt nicht, wo Start und Ziel ist, also von der Sierra Nevada gibt es dann den Transfer nach, wie heißt der Ort, da kannst du denn hier, San Luca de Paris. Also ich finde schon, dass es relativ, und dann später nochmal, ne, hier zum Schluss da. Ja klar, also da sind zwischendrin einige Einheiten dabei, aber es gibt auch einige oder viele, würde ich sagen, zusammenhängende Etappen. Das ist halt schwierig in so einem großen Land wie Spanien auch, wie es flächenmäßig ist, also ich will mich da jetzt auch nicht aufs Glatteis begeben, ob Spanien da jetzt irgendwie größer ist als Frankreich, aber das Problem hast du ja ähnlich bei der Tour de France auch. Ja, 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 natürlich, aber ich finde, die haben das in den letzten Jahren besser gelöst, also bei meiner ganzen Begeisterung für die Spanier fiel mir nur negativ auf, bisher, aber vielleicht täusche ich mich auch, vielleicht sind die entfernt, vielleicht ist das einfach gar nicht so schlimm für die Fahrer. Ähm, nur ich kann mir, also wie gesagt, ich habe es öfter schon gehört, dass die Fahrer gesagt haben, lieber nur mal 20 Kilometer oder 10 Kilometer rollen, anstatt dann mit dem Bus ewig zu fahren. Ähm, da musste ich dran denken, als ich das gesehen habe. Äh, welches, also ich würde sagen, wir gehen einfach mal durch, ne, also die ersten drei Etappen, Utrecht, Utrecht, Einzelzeit fahren, über 22 Kilometer. Mannschaftszeit fahren, ne? Äh, Mannschaftszeit fahren, Entschuldigung, Team-Scheid-Scheid-Scheid. Ja, gab's auch, äh, meine ich zuletzt, also das letzte Mal, dass es eine Mannschaftszeit fahren bei einer Grand Tour gab, war bei der Vuelta, also Mannschaftszeit fahren. Da unten am Strand lang, als Christian Knies noch mal die Holzbalken gefahren ist. Ja, also Mannschaftszeit fahren ist, äh, ziemlich außer Mode gekommen in den letzten Jahren, muss man sagen, so bei den Grand Tours, äh, ist jetzt mal wieder eins dabei und, äh, ich finde es ganz gut. Ja, äh, möchte ich an dieser Stelle noch ganz herzlich gratulieren dem Mannschaftszeitfahr-Sieger des, äh, Rennens gestern rund um die Kühl. Gestern gab's so einen, äh, hier, Radrenntag in Düsseldorf rund um die Kühl und es hat das Bike-Components-Vierer-Team gewonnen. Da hab ich heute Morgen allen gratuliert. Gibt's schlecht? Mmh, ja, ganz flott unterwegs. Obwohl es in Düsseldorf war. Obwohl es in Düsseldorf war, ja, vielleicht, also, aus der Stadt alles rausholen, was irgendwie rauszuholen ist. Am Samstag geht es dann, ich würde mal sagen, einfach, die kann man schon, äh, fast zusammen sehen, äh, Samstag und Sonntag zwei Flach-Etappen von 175 und 193 Kilometer. Das Einzige, was ich mir da vorstellen kann, irgendwie, ähm, also, ähm, Samstag so ein, zwei kleine Hügelchen, aber das ist wahrscheinlich eher so ein Deichhoch. Äh, gibt's da irgendwo, das wirst du dann schon wissen, Windkantensituation? Sieht auch nicht so aus für mich. Das ist natürlich immer eine, eine Möglichkeit in den Niederlanden, also, dass da irgendwie, wenn der Wind ein bisschen stärker ist, so was passieren kann. Aber ansonsten, nee, hast du schon richtig gesagt, sind das eigentlich zwei Sprinter-Etappen. Also, ja, gibt jetzt auch nicht so super viele Chancen für die Sprinter, weil die sind wohl älter, aber am Anfang dürfen sie sich dann zweimal austoben. Ja. Ähm, was ich gerade sehe, ähm, Rufi, sagt dir wahrscheinlich nichts, mir auch nur, äh, im Passiven was, ist so etwas ähnliches wie Swift oder so eine virtuelle Plattform, da kann man wohl alle Strecken auch fahren. Dieses Jahr, weiß nicht, ob die irgendwie Media-Partner sind oder sonstiger Partner, da kann man die Strecken abfahren. Vielleicht kann, vielleicht suche ich mir ja heute noch eine Etappe mal raus, die ich dann da fahre, oder irgendwie so Test-Abo oder irgendwie so sieben-Tage-Test und dann fahre ich mal eine Strecke. Oder ich lasse dich alle aussuchen, das ist noch viel lustiger wahrscheinlich. Ich nehme mir wahrscheinlich, dass wir Mannschaftszeit fahren, alleine. Äh, ja, dann ist schon der Rest-Day, also der Ruhetag, der dann damit verbracht wird, in den Norden Spaniens zu fahren. In das, äh, so genannt auch Baskenland. Ähm, und dort geht es dann ja mit den Pyrenäen eigentlich schon weiter. Ja, Baskenland, also so wie man es von der Baskenland-Rundfahrt kennt, ist auch in gewisser Weise so eine Generalprobe, sag ich mal, weil im nächsten Jahr der Grand-Depart, also Stur-de-France-Stadt auch im Baskenland sein wird. Ähm, ähm, da kann man sich jetzt schon mal, kann man schon mal gucken, worauf man sich da im nächsten Jahr einstellen muss. Und, äh, stimmungstechnisch wird es mit Sicherheit, äh, wieder super werden, weil baskische Radsportfans wissen wir alle, wie begeistert die sind. Und, ja, Etappe 4 dann, Vittoria-Gasteiz-LaGuardia, hm, ja, ist so ein Appel-Finish, beziehungsweise so eher für Panschöre, also ist jetzt noch nicht so gemacht, dass es da große Abstände im Class-Mont geben sollte. Glaube ich auch, bin ich bei dir. Etappe 5 dann, Irun nach Bilbao, auch ähnlich so eine Etappe, also, ähm, da geht's dann kurz vorm Schluss nochmal so eine Zweitkategorie-Berghoch mit einer Abfahrt mit Schuss ins Ziel, auch wieder vielleicht so was für einen Panschöre oder eine größere Gruppe, einen Sprint, also, ja. Warst du mal in Bilbao? Äh, nein, leider noch nicht. Ne, ist auch so, dann möchte ich unbedingt mal hin, weiß gar nicht so richtig warum, aber irgendwie reizt mich, keine Ahnung. Naja, egal, ich dachte, du könntest mir sagen, ist schön da. Etappe Nummer 6 ist dann schon etwas, wo ich sagen würde, okay, da kann eher mal, ähm, das kleine Ritzel montiert werden und, äh, das Messer zwischen die Zähne genommen werden. Wenn, wenn, wenn zu dem Zeitpunkt das schon so ist, dass es, ja, ähm, jemand Abstände produzieren will. Auf jeden Fall, das ist so der erste, äh, Gradmesser für die Favoriten, Ascension al Picoiano, also der Anstieg zum Picoiano hoch, verlässt man das, äh, Baskenland und setzt über nach Kantabrien mit der Zielankunft. Und ich meine, es ist dieser Anstieg Picoiano, auf jeden Fall bei einem Anstieg wurde extra jetzt für die Vuelta bei einem Schlussanstieg den letzten drei, vier Kilometer auch asphaltiert. Also es war vorher eine Schotterstraße, hat man da frisch gemacht. Ja, also der Anstieg zum Schluss 13 Kilometer rund mit 6, 7 Prozent im Schnitt wird schon dafür sorgen, dass man so zumindest sieht, wer die Vuelta nicht gewinnen kann. Mhm. Das ist Etappe Nummer 6 und am nächsten Tag, Etappe Nummer 7, ist einer der ungewöhnlichsten, wie soll ich sagen, ungewöhnlichsten Profile, die ich seit längerem gesehen habe. Weil man muss es sich so vorstellen, bis Kilometer 70 sieht es aus wie ein ganz normales Radrennen. Dann sieht es für die nächsten, ja, so gut 55 Kilometer aus wie eine umgekehrte Sprungschanze vom Skispringen. Also vielleicht dreht da oben dann auch Roglic, nee, der fährt ja nicht, sein Rad rum. Der fährt doch. Ja, doch? Okay, dann wieder eine neue Information. Also Roglic, Achtung, nicht oben umdrehen und runterspringen. Und dann geht es wieder einfach so ganz gemäßigt langsam ins Ziel. Komisch. Ich finde die Etappe gut, weil die genauso richtig ist für Ausreißer. Also man sieht es ja beim, ich habe es beim Giro auch schon gesehen, dass so die Ausreißer extrem besser gestellt sind jetzt in den letzten ein, zwei Jahren. Also sie kriegen viel mehr Chancen, bedingt auch durch solche Streckenführungen. Und für mich persönlich, okay, ist jetzt Geschmackssache. Also ich muss nicht irgendwie jeden Tag eine Massenfinanz sehen oder die Favoriten immer vorne, sondern finde dann auch mal so, so eine Ausreißergruppe, wenn die um den Sieg kämpfen, dann ganz spannend. Ja, und vor allem auch, wenn es darum geht, ob die Ausreißer durchkommen oder dann doch noch eingeholt werden. Ich finde vielleicht, dass die Etappe, also unter der Prämisse ist natürlich interessant, aber dafür dann vielleicht ein bisschen früh, weißt du? So könnte meiner Meinung nach ein bisschen später kommen, dass man vielleicht dann hinten auch nochmal dieses Rennen im Rennen hinten auch nochmal werden würde. Aber ist jetzt so, nehmen wir auch so hin. Auf jeden Fall ein interessantes Profil. Und ja, du hast vollkommen recht, jeder Ausreißer oder jeder der Fahrer-Typ-Ausreißer hat sich die Etappe anmarkiert. Vor allen Dingen, weil wenn man es am Lebensakt nicht geschafft hat, kann man ja die Form irgendwie versuchen noch zu stabilisieren. Denn der nächste Tag, weiß nicht, so gefühlt würde ich auch sagen, durch die vielen Berge, also man fängt direkt mit dem ersten Anstieg an. Also es gibt ja 1, 2, 3, 4, 5, mehr oder minder 6 große, weniger große, aber doch dann fordernde Hügel. Das könnte auch eine interessante Etappe werden. Das wäre eigentlich so eine Etappe, die bräuchte man 3, 4, 5 Tage vor Schluss, um damit jemand nochmal attackieren kann von Anfang an. Ja, auch bedingt dadurch, dass am nächsten Tag noch eine schwere Etappe ist. Jetzt bin ich so ein bisschen skeptisch, dass da so viel passieren wird jetzt. Also wie du schon richtig sagst, das sind eher so Anstiege, also nicht so richtig Fisch, nicht Fleisch, also eher so, würdest du so in den Ardennen vermuten, diese zweite und dritte Kategorie Berge. Also zweimal zweite Kategorie, zweimal dritte Kategorie und dann zum Schluss ein längerer Aufstieg. Erste Kategorie, 10,3 Kilometer, 7,8 Prozent. Ausscheidungsfahren würde ich sagen. Oder was denkst du? Wir kommen jetzt auch schon dahin, muss man sagen, wo ich finde, dass der Gesamtstand der Vuelta da schon eine Rolle spielt, wie so eine Etappe gefahren wird. Weil dieser letzte Berg von 127 bis 153, wenn es darum geht, dass einer schon sieht, okay, der und der Konkurrent ist heute schwach, da kann man schon mal jemanden eliminieren oder rausschmeißen, um beim Mensch ärgerlich nicht zu sein. Also ich persönlich glaube ja und da hat uns der Chris, ihm sei Dank, vorhin im Chat noch einen guten Hinweis gegeben, dass bei dieser Vuelta auch so noch so ein, ja ich würde sagen, zweites Rennen im Rennen tobt. Also man weiß ja, im Radsport geht es dieses Jahr heiß her um die Lizenzen und da kämpfen verschiedene Teams unten gegen den Abstieg und die brauchen da echt jeden Punkt. Also so Mannschaften wie Israel beispielsweise, wie Movistar auch vor allem als Heimteam, die werden da auf jeden Etappensieg brennen und dementsprechend verspreche ich mir da auch, dass die Etappen da hart und umkämpft ausgefahren werden. Ist das denn dann grundsätzlich so, dass wir uns das mal so als Knoten ins Taschentuch machen, um das die nächsten vier Wochen im Hinterkopf zu behalten, ist das auch ein Aspekt, der die Vuelta interessanter macht als andere Rundfahrten? Dass eigentlich da so es auf die Zielgerade dieser Wertung geht und man deswegen, manche Teams, die vielleicht noch bei einem Giro so mitgefahren werden, jetzt auf einmal Punkte brauchen und deswegen attackieren? Mit Sicherheit, ja. Also wird das das Rennen beeinflussen, also dass man da so Mannschaftstaktiken vielleicht sieht, die auf den ersten Moment erstmal Fragezeichen verursachen und wenn man dann einmal mal diese Wertung beispielsweise anguckt, also wenn dann Team Movistar irgendwie Team Israel hinterher fährt, nur weil die einen in der Spitzengruppe haben, dann kann man sich dadurch vielleicht einen Reim drauf machen. Also behaltet das alle im Hinterkopf. Nummer 9, ne, 9, ist das, was ich da nicht nenne? Ja. Nach Praeres Nava. Nava. Ne, ich war bei der Zahl 9. Nuevo? Ja. Aber passt ja auch. Ja, auch wieder eine Berggetappe, auch wieder wie am Tag davor, nur mit dem Unterschied, dass der Schlussanstieg, so ein richtiges Brett ist er nicht, aber er ist jetzt auch was, was uns beiden zum Beispiel deutlich wehtun würde, den gehe ich mal voll aus. Ja, ein Fall für Spider-Man, also eine Wand, es geht vier Kilometer mit fast 13 Prozent zum Schluss berghoch, also vor ein paar Jahren war es ja noch so, dass man bei der Vuelta ganz oft diese Art von Schlussanstieg gesehen hat, also so kurz und übermäßig steil, sage ich mal. Ja, und die Etappe war auch gleichzeitig, weil ich mich jetzt im Vorfeld schon ein bisschen damit beschäftigt habe, die Etappe, die einzige, die Simon Yates damals bei Sam, wo er älter Sieg, gewinnen konnte, auf dem Weg dahin. Und genau für den Fahrertyp ist es auch was. Also es ist ja, meine ich, auch vor dem Ruhrtag, den Sonntag, die Etappe. Also sprich, da kann man ruhig ein paar mehr Körner raushauen. Und ja, explosives Finale für halt so explosive Fahrer. Und das heißt, da hast du auch schon deinen Wett-Euro auf Simon Yates gewettet, und zwar schon im April, die ich kenne. Du musst nichts dazu sagen. Ich kenne keinen Wettanbieter, der jetzt schon Wetten für die neunte Etappe der Vuelta anbietet. Bitte? Ich kenne keinen Wettanbieter, der schon Wetten für die neunte Etappe der Vuelta anbietet. Und wenn du ihn nicht kennst, dann gibt es ihn nicht. Ruhetag, nach Etappe Nummer 9, bedeutet, man startet genauso, wie man in die Vuelta reingestartet ist, nach dem Ruhetag, dann mit einem Einzelzeitfahren dann von Elche, vermute ich, nach Alicante. Ist also jetzt, wie du eben schon gesagt hast, in den Südosten gewechselt. Also ich finde ja, im Mannschaftszeitfahren, fällt mir gerade noch ein, haben wir vergessen zu erwähnen, finde ich durchaus technisch ein anspruchsvolles Zeitfahren. Also es gibt da mal so zwei 180-Grad-Kurven drin und so, das ist nicht nur geradeaus ballern, im Gegensatz ein bisschen zu dem Einzelzeitfahren, was ich glaube, dass es ein bisschen einfacher sein wird. Allein ist ja eh einfacher, als dann in so einer Vierermannschaft mit Anschluss finden und so weiter. Aber das könnte ein interessantes Zeitfahren werden. Ja, für die Bergfahrer natürlich kann es problematisch werden, wenn man sich das mal auf der Karte anguckt. Also insgesamt ist dieses Zeitfahren 31 Kilometer lang, 31,1, aber der zweite Teil dieses Einzelzeitfahrens führt direkt an der Küste entlang. Also wenn da irgendwie Gegenwind ist oder so, dann haben es natürlich die Bergkraxler enorm schwer und können da viel Zeit verlieren. Das ist so ein bisschen die Gefahr dieses Zeitfahrens. Das wäre so ein typisches Toni-Martin-Zeitfahren, finde ich. Ja, zumal es am Anfang ja noch so ein bisschen immer so leicht bergab geht, also so ein Hochgespendigkeits-Zeitfahren. Ja, auf jeden Fall. Also das wäre früher, oder auch so ein Cancellarer, der hätte das glaube ich auch gemocht. Aber wollen wir nicht über die alten Zeiten reden, sondern wollen wir zu den neuen Zeiten reden. Etappe Nummer 11 ist eine der wenigen Etappen, wo ich jetzt schon sagen würde, Sprinter-Etappe. Also das wird, alles andere wird mich da wundern. Oder Ausreißer, also es ist nie richtig flach, also recht wellig. Aber irgendwann müssen die Sprinter ja mal zum Zug kommen. Ja, die hatten ja schon zwei Chancen. Ja, schon zwei Chancen, die sind bei Etappe Nummer 11, ich bitte dich. Also das Einzige, was noch sein könnte, deine Ausreißer könnten natürlich da wieder jetzt ins Spiel, oder könnten wir wieder ins Spiel bringen. Auch diesmal geht es so, ich behaupte mal nach ungefähr der Hälfte der Strecke und dann wiederum für einen signifikanten Teil am Meer entlang, da Gegenwind und so weiter. Das könnte natürlich dann den Sprintern, sowohl den Sprintern als auch den Ausreißern in die Karten spielen, je nachdem von wo der Wind kommt. Also das wird ein interessanter Tag, glaube ich. Also kann extrem langweilig werden, kann auch extrem spannend werden, Etappe Nummer 11, wollen wir das mal so merken. Während Etappe Nummer 12 eine sein könnte, wo ich behaupte, da kommt man langsam jetzt schon in die Phase, wo sich das Classement so eingerüttelt haben sollte oder zumindest nach dieser Etappe eingerüttelt haben wird. Denn dort geht es ja dann doch nochmal relativ steil bergauf am Ende. Ja, also es ist eine Bergankunft, Penjas Blancas Estepona, also man fährt da von 8 Meter, also quasi Meereshöhe zum Schluss, die letzten 18 Kilometer, 19 Kilometer bis auf 1265 Metern Höhe. Und ja, da kann ich auch wieder sagen, dass auf der Etappe, die genau da wieder langfahren, also Torrox Costa, wo ich mal gewohnt habe auch. Ich wollte es gerade sagen, als wenn du den Berg nicht schon gefahren wärst. Wir fahren da wieder durch, ja gut, das ist jetzt noch ein ganzes Stück von da aus. Das ist fast nach dem Etappenstart noch, wo die da halt durchfahren, ist halt da relativ flach. Und zum Schluss aber dieser Anstieg, den gab es, meine ich, schon mal, auch in der Vuelta hat, glaube ich, Leopold König damals noch für NetApp die Etappe gewonnen. Ist jetzt auf dem Papier nicht so super schwer, aber die Länge macht es halt, ne? Ja, und darf man auch nicht vergessen, ich wollte es eigentlich am Ende sagen, aber jetzt passt es gerade so gut. Und die fahren da um, je nach Zeitschedule, irgendwas zwischen Viertel nach fünf und Viertel vor sechs durch. Und man muss einfach bedenken, dass ich habe jetzt nicht die Temperaturen aktuell, aber ich kann mir vorstellen, dass da nicht gerade so 18 Grad und bedeckt ist. Das wird dann auch, denke ich mal, bei solchen Tagen dann nochmal eine Rolle spielen. Vor allem auch beim Einzelzeitfahren, wenn man A bedenkt, das ist ein Zeitfahren nach dem Ruhetag. Ruhetagnahme, so auch schon gesehen in der Geschichte, dass es da mitunter sehr große Überraschungen geben kann, wenn ein Zeitfahren nach dem Ruhetag ist. Und B, ja, gerade da auch so die Temperaturen, also dieser Temperaturunterschied, denke ich mal, von Nordspanien nach Südspanien, sind jetzt vielleicht keine 15 Grad oder so, aber ist doch vielleicht was, was dem einen oder anderen Fahrer Probleme bereiten könnte. Ja, steigst aus dem Fliegerhaus und das ist 15 Grad mehr, ich meine, wer merkt das nicht? Also, ja, in Etappe Nummer 13, 19 sage ich schon, von Ronda nach Montilla, war Ronda dieser Ort mit der Brücke über die, 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 die... Ja, über die Schlucht. Ja, genau. Das war, da war ich auch mal. Also würde, würde ich als so eine Etappe, wenn ich mir, wenn ich jetzt Fahrer wäre, würde mir den Roadbook angucken und wäre jetzt nicht gerade Sprinter oder Klassmordfahrer oder Helfer, würde ich sagen, ja, alles klar, an dem Tag fahren wir auch Rad. Ja, auch so wieder, denke ich, für Ausreißer, oder? Ja, also, das, da werden, wird sich der Rest ausruhen, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, was am Tag 14 kommt, das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit an diesem Freitag, ich sage auch mal das Datum jetzt, damit man so ein bisschen das Beste einordnen kann, Freitag, den 19. August, nee, Quatsch, das kann nicht der 19. August sein, der ist ja in vier Tagen, äh, was ist das denn für ein Schwachsinn, den ich da erzähle? Eine Woche später dann, oder? Ja, was ist denn? Erster Neunter, dritter Neunter, ach, zweiter Neunter, wie haben die denn das Datum da geschrieben? Achso, da haben die die UCI, hä? Ich bin schwachsinn, was ist das denn? Ach, die haben die UCI-Weltmeisterschaft das Datum hier reingeschrieben, warum das denn? Was soll denn der Kokolores? Unmöglich. Ist auf jeden Fall der, ähm, äh, zweite, neunte, so, der zweite September, an dem diese Etappe stattfindet, wird, werdet ihr euch aber nicht freinehmen für müssen an dem Tag, glaube ich, einfach. Wohingegen man sich für den 14., glaube ich, schon freinehmen könnte, ab Kilometer 100 vielleicht, Kilometer 90. Mhm. Ja, d'accord. Also das ist, das ist so ein, also an, es ist dann, meine ich, auch einen Samstag, die Etappe, also gut zum Gucken, vielleicht auch für die Fernsehzuschauer, es geht von Montoro in die Sierra de la Bandera, 160,3 Kilometer. Nicht so lang, auch wieder, äh, finde ich, ne, um ein animiertes Rennen zu kreieren. Ja, definitiv, also die Etappe ist jetzt, wird mit Sicherheit wenig flaue Phasen haben, weil, a, nach dem Start wird sich auf dem Flachen die Ausreißergruppe bilden, vielleicht auch nicht so schnell, und dann, b, im Finale dann die letzten, äh, rund 60 Kilometer geht's noch auf und runter, und Sierra de la Pandera ist so ein Ort, äh, der für Valverde auch sehr besonders ist, also hat zum einen da, 2003, damals bei der Vuelta, einen seiner ersten großen Siege gefeiert, und b, ähm, hat er da auch 2009, ich möchte schon fast sagen, heroisch, äh, die meisten Angriffe seiner Konkurrenten ganz bravourös pariert. Also vor, warte mal, habe ich mal zu rechnen, vor elf Jahren, nee, 13 Jahren. Das andere war von 19 Jahren. Von 19 Jahren. Boah, von 19 Jahren. Krass, oder? Also ich, äh, ich habe mich heute auch mit jemandem unterhalten, der hat irgendwas von 2009 erzählt, da habe ich dem auch erstmal, äh, sagen müssen, dass das jetzt auch schon 13 Jahre her ist. Ja, von 19 Jahren. Ja, also eine beispiellose Karriere, die da ihr Ende nehmen wird, äh, wahrscheinlich am Ende der Vuelta, wenn ich doch noch irgendwas, äh, also wenn er nicht doch noch Lust bekommen hat, oder irgendwo, äh, Tatjemenchecks bezahlen muss. Ähm, ähm, äh, also, an dem Tag muss man gucken, äh, sag ich einfach mal. Ja, und an dem Tag wird auch genauso wie am nächsten Tag, also ich würde sagen, diese zwei Tage sind so mit die, also wenn man vorher drauf wetten müsste, an welchen Tagen es zumindestens viel Alarm geben wird, dann sind doch diese zwei wie prädestiniert dafür. Ja, und der Sonntag, der dann kommt, also, das ist dann vor dem letzten Ruhetag, die Etappe Matos Sierra Nevada, 148 Kilometer zwar nur, aber das ist für mich, äh, so die Königsetappe der Vuelta. Absolut. Äh, weil es da zum Schluss, äh, auf über 2500 Meter Höhe hinausgeht und dieser letzte Anstieg ist einfach, der will nie enden, also 20 Kilometer mit 8% Durchschnittssteigung, kann ich auch wieder sagen, den bin ich selber auch schon mal gefahren. Ich wollte gerade fragen. Sogar, ich bin ja noch höher hinausgefahren, also man kann von Granada aus, von wo die Steigung aus losgeht, kann man bis auf rund 3300 Meter Höhe, ähm, auf dem Pico de Vuelta fahren, ähm, macht die jetzt natürlich nicht, weil, ähm, die Vuelta-Organisation hatte auch zwischendurch, so eine kleine Lebensgeschichte mal, äh, den Plan, äh, bis auf 2800 Meter raufzufahren, wollte das Ziel noch weiter nach oben verlegen, ähm. Ähm, hat dann aber, haben die lokalen Behörden eine Regel vorgeschoben, weil zum einen das, ähm, ja, da oben also so sehr, wie soll man sagen, ähm, sehr seltene Vegetation ist und es gibt da auch so eine Vergangenheit in der Gegend, also der, Franco wollte mal die höchste Straße Europas bauen, hat er dann ja auch mehr oder weniger geschafft, damals führte sogar, meine ich, die Straße über den Kamm rüber, also über 3300 Meter, konnte man auf der anderen Seite wieder runterfahren. Problem war aber, dass dann die Autos dann da reihenweise in der Höhenluft, äh, liegen geblieben sind und das natürlich eine ziemliche Naturkatastrophe war. Da kann ich mir vorstellen, dass da die Behörden gesagt haben, äh, lieber nicht, ihr bleibt da in Roya de la Mora an dieser, dieser Bettenburg ist dann das Ziel. Ich denke, den Fahrern reicht das auch. Ja, und, äh, man, man hat ja gesehen, also 2017 gab's da schon mal eine Ankunft, da ist man ein bisschen anders gefahren, ähm, um da hinzukommen, also man ist da quasi über diese Autobahn, diesen Anstieg hochgefahren. Mhm. Ähm, diesmal fährt man ein bisschen andere Route und, ähm, 2017 war das, da hat, äh, Miguel Angel Lopez, also hat ein Kolumbianer gewonnen, der in der Höhe da sehr gut zurechtkommt. Werden wir uns also den, äh, den vierten, neunten auch mal als kolumbianischen, als kolumbianischen Tag schon mal vormerken, oder ich merke mir einfach schon mal vor. Ich finde auch die Gegend, also ich war, ich kann mich sehr gut erinnern, wir waren auch in Granada, ähm, ja, und, äh, ich finde diese Gegend auch sehr schön. Also mir tut es nur unfassbar leid, also dass die jetzt wahrscheinlich noch schlimmer unter der Hitze leiden müssen, als wir das alle jetzt eh schon tun, ähm, an diesem Haus gemachten Problem. Aber man kann es eigentlich jedem ja nur empfehlen, also man kann auch in Granada Fahrräder ausleihen, äh, gibt's auch den einen oder anderen Drahtverleih und, klar, unten, wenn man losfährt, ist es noch ziemlich heiß, aber desto höher man natürlich kommt, also oben, wenn man dann da in Richtung Pico de Villeta in Richtung der 3000-Meter-Marke kommt, ist es natürlich viel erträglicher, also, und das macht unheimlich Spaß, da, äh, fast 50 Kilometer am Stück bergauf zu fahren. Also jeder hat ja so eine gewisse Form von Spaß, was Spaß macht, ne? Also manche, manche fressen ja auch Glas oder so. Aber, äh, da, da stimmt, ich, ich, äh, vielleicht nur ganz kurzer Einschub, das ist eigentlich eine Velo-Snack-Geschichte, die auch noch in dieser Woche aufgenommen wird. Ich war ja jetzt auch vor kurzem am Montau, und da war es auch so wirklich so, je höher man, also man wurde natürlich, hatte man andere Probleme als die Temperatur dann irgendwann, aber es war schon, also so ab, ab dem, äh, Chalet dann irgendwie, dann ein bisschen Wind, also auch nicht so schlimmer gegen Wind, nur so ein bisschen, äh, das machte das Fahren schon sehr erträglicher. Äh, äh, absolut richtig. Ja, ähm, das ist der Kolumbianertag an dem Sonntag- und Montag-Ruhetag, ähm, in Jerez, in Jerez war ich, glaube ich, auch, ähm, um dann am nächsten Tag von San Luca de Barameda nach Tomares zu fahren. Schwierig, schwierige Etappe, ich glaube, der letzte Kilometer, oder die letzten drei Kilometer, um genau zu sein, werden einen Sprint fast verhindern. Hm, ja, kommt drauf an, also Tomares ist so ein Ford von Sevilla, ähm, also ist quasi in Sevilla da, und dann, ja, wie du schon sagst, die letzten, auf den letzten zehn Kilometern gibt es da nochmal so eine Welle, anderthalb Kilometer mit sechs Prozent, hängt so ein bisschen davon ab, äh, ob jemand gewillt ist, da noch unbedingt was ausrichten zu wollen, ansonsten kann ich mir auch vorstellen, dass da vielleicht einen Sprint gibt. Hm, da bin ich diesmal skeptisch. Also ich glaube, so ein Kabel Juhns, äh, fährt er mit? Äh, ich muss mir nochmal genau, ich hab ehrlich gesagt noch bis jetzt noch nicht so im Detail mir alle angeguckt. Nee, Loftus-Rudal hat das Aufgebot noch nicht bestätigt, also ich glaube auch nicht, dass der fahren wird. Der wäre so ein Kandidat für mich an dem Tag, der da noch einigermaßen rüberkommt, diese letzten drei Kilometer, die haben ja auch nochmal so eine Rampe von 50 Kilometern und ein bisschen was mehr, ähm, der wäre so ein Kandidat, aber vielleicht alles für Alejandro, diesmal alles für Alejandro. Äh, das ist der Dienstag dann, der Dienstag der letzten Woche, ähm, Entschuldigung. Ähm, der Mittwoch wird so ein Tag, wo ich mir denke, da kann alles sein, und zwar hängt, ist das ganz klar abhängig vom Gesamtklassmo. Also, wenn es so wie bei der Tour zum Beispiel aussieht, dass wir zwei so klare Favoriten haben, die Kopf an Kopf fahren, dann wird das, glaube ich, bis zum letzten Meter ein sehr, sehr unattraktiver Tag. Wenn du aber drei, vier, fünf Fahrer innerhalb der ersten fünf, äh, hast, die noch nah beieinander liegen, ähm, und gegebenenfalls, ja, auch viel hart auf einen machen, könnte das wiederum ein sehr spannender Tag werden. Also, das ist so ein Tag, wo ich sage, komm vom, hängt vom Klassement ab. Ich würde sagen, die Etappe ist prädestiniert vor Ausreißer, dass wir als Grundvoraussetzung, weil da wird keiner irgendwie auf diesem welligen Parcours, also 160 Kilometer, wo es im Prinzip den ganzen Tag nur rauf und runter geht, aber ohne kategorisierte Bergwertung bis zu dieser Schlusssteigung, äh, da wird keiner so viel investieren wollen, um dann Feld zusammenzuhalten. Und, was ich mir vorstellen könnte, dass es vielleicht auf den letzten drei Kilometern so, so ein Antesten der Plasmo-Ausfahrer gibt und, äh, vorne der Sieg aus der Ausreißergruppe schon weg ist. Also, man muss dazu noch sagen, Monasterio del Tenturida, das ist so ein, ja, so ein Kloster, wo die da quasi hochfahren. Mhm, mhm, mhm. Ja, ich will, ich, ich bin mal gespannt, also hier, wir schreiben uns das mal auf, was du gesagt hast und schreiben uns mal auf, was ich gesagt habe und gucken wir am Ende mal. Wahrscheinlich werden wir es bei den Nachbesprechungen eh vergessen haben. Du rechst mit einem Großkampf der Plasmo-Fahrer. Aber ich wette so ab, oder ich kann mir gut vorstellen, so ab Kilometer 111, ich stelle folgendes Szenario, es sind sechs Fahrer, die innerhalb von, sagen wir mal, drei Minuten liegen. Ähm, was jetzt da vorne sich noch abspielt von den Ausreißern, ja gut, da hast du ein gutes Argument auf deiner Seite, das da. Aber das, das so zwei, drei, vielleicht darf ich schon mal versuchen, zumindestens ein bisschen, möchte ich nicht ausschließen. Aber mit dem Fahrrad auf, wer wetten würde ich auch nicht. Das gleiche gilt übrigens auch, würde ich so sehen, für den nächsten Tag fast. Also das ist auch so ein Tag, erste Kategorie Berger am Ende, eine lange Abfahrt, wo ich mir dann schon wieder denke, huiuiui, hoffentlich geht das gut. An dem Tag habe ich übrigens einen ganz klaren Favoriten. Ja, wen? Ich glaube ja, und es ist seine letzte Rundfahrt und er möchte vielleicht auch nochmal einen Akzent setzen und möchte eine Etappe gewinnen, wenn er es schon beim Giro nicht geschafft hat. Das wäre doch eine Etappe für Nivali, eine lange Abfahrt, die er gut kann und dann vielleicht nochmal aus einer Ausreißergruppe, weil er hat sich vorher schon Zeit eingefangen, an allen möglichen Stellen, da nochmal rauszuholen. Also sowas wie, so ein bisschen wie Froome hier bei Alpe d'Huez. Kann ich mir gut vorstellen, dass der sich vielleicht so eine Etappe raussucht, um nochmal einmal einen Sieg einzufahren. Ja, guter Vorschlag auf jeden Fall. Also ich finde das auch recht interessant, dass diese letzten, soll man mal so sagen, was sind das, rund 80 Kilometer quasi auf einem Rundkurs gefahren wird. Also man fährt diesen Alto del Pionale, diesen Erstkategorieberg zweimal, aber von unterschiedlichen Seiten. Und bei der ersten Überfahrt kommt man schon fast am Ziel vorbei und der ist jetzt nicht sonderlich schwer, also vor allem die erste Auffahrt nicht. Also es ist eher so ein Rollerberg und ich kann mir eher vorstellen, ja klar, wie du schon sagst, ein Ausreißer vielleicht vorne, der im Classement weit zurück ist, aber dann bei den Classement-Fahrern wäre so eine Etappe doch wunderbar, um was mit einer Mannschaft zu machen. Also diese Berge sind nicht sonderlich steil, wenn man da vielleicht so ein, zwei Fahrer vorne in der Gruppe platziert und dann, ja, wenn man viel riskieren will, am vorletzten Berg vielleicht schon angreift, aufschließt und somit die Konkurrenz unter Druck setzt. Du meinst das Team Bura-Taktik? Sozusagen vielleicht, ja. Herr Denk, haben Sie bitte den Stift rausgeholt? Ja, warum nicht? Also kann ich mir auch gut vorstellen. Aber wie auch eben schon bei der Europameisterschaft, bloß weil das eine ich sage, heißt ja nicht, dass das andere nicht auch richtig sein kann. Nee, sind beides denkbare Szenarien. Freitag ist dann so eine Etappe, wo ich sage, was soll das? Oder so ganz komisch. Einerseits kann das super werden, andererseits auch wieder ganz, ganz öde, weil es sind im Prinzip zwei Anstiege, die bei Kilometer 35 und bei Kilometer 96 eine Rolle spielen. Andererseits geht es vom zweiten Anstieg bis ins Ziel, nochmal 40 Kilometer rund bergab einfach nur. Und das zwei Tage vom Finale der Vuelta, also da kann ja nur entweder bedeuten, dass direkt von Anfang an ein Superkrawall gefahren wird, aber dann wird man in diesem Zwischenteil bei den Anstiegen ja jeden wieder einfangen. Es hinterlässt mich ein bisschen ratlos, außer dass das natürlich als Rundkurs vielleicht für die Zuschauer an der Strecke interessant sein könnte, weil das ist es ja, aber ansonsten lässt mich die Etappe ein bisschen mit Fragenzeichen über dem Kopf hier sitzen. Darf ich dich korrigieren? Ja, immer klar. Das ist nur ein Anstieg, also man fährt da zweimal denselben Berg. Ja, ja, das meine ich mit Rundkurs. Also das sind zwei Anstiege, aber es ist der gleiche. Ja, ja, das auf jeden Fall. Das meine ich mit Rundkurs und gut für den Zuschauer. Entschuldigung, also das hatte ich schon verstanden. Ja, also so eine Etappe sieht man am Ende so einer Rundfahrt selten. Also ist für mich so neu, dass man so eine Etappe macht, sehr kurz, vom Start weg fast berghoch, aber kein schwerer Berg. Dann so eine Rollerabfahrt runter, ein Flachstück, wieder derselbe Berg und nochmal das gleiche Spielchen. Also ja, wie gesagt, das gleiche gilt finde ich auch schon wie bei der Etappe davor. Aber wer eine gute Mannschaft hat und einen Gegner hat vor sich, der vielleicht nicht so eine gute Mannschaft hat, den kann man auf so einer Etappe angreifen. Ja, also Jumbo gegen UAE, also wenn Pogaccio noch geführt hätte, wäre das ein Tag gewesen. Aber ansonsten, also ich bin gespannt, also ich bin da jetzt auch nicht so nach dem Motto, was soll der Quatsch? Ich verstehe es nur gerade nicht, aber vielleicht werden wir an dem Freitag, dem 9.9. da am Sitzen und denken, boah, was für eine krasse Etappe. Hätten wir niemals gedacht, dass das dabei rumkommt. Genauso wie ich bei der vorletzten Etappe, also der eigentlich dann so letzten Chance für jeden Klassementfahrer denke, warum lässt man die Etappe nicht oben beim ersten Klassementberg beenden, sondern fährt dann nochmal, wie schon sind das noch, 4, 5 Kilometer, 5, 6 Kilometer ungefähr weiter. Ich denke, weil das logistisch nicht möglich ist, also das sind 175,5 Kilometer von Moral Sassal nach Puerto de Navasarra, ja, so außerhalb von Madrid ist das so ein bisschen, also nördlich gelegen. Und ich verspreche mir von der Etappe sehr viel, weil ich kann mich noch sehr gut an das Jahr 2015, war das meine ich, erinnern, als fast die identische Etappe, auch auf Etappe 20 der Vuelta war. Und damals, ja, also Tom Dumoulin wird sich schmerzhaft daran erinnern, aber Astana damals zum Großangriff ausgeholt hat und den Einzelkämpfer Tom Dumoulin dann auch am vorletzten Tag aus dem Führungstrikot gekippt hat. Das war genau auf der Etappe im Prinzip, mit einer super Mannschaftstaktik haben die das gemacht und ähnlich könnte man sich das jetzt auch in diesem Jahr wieder vorstellen, kann man vielleicht noch so sagen, Tom Dumoulin hat auch, wollte ja eh schon am Ende der Saison aufhören, hat jetzt heute sogar am Tag der Aufzeichnung seinen sofortigen Rücktritt noch verkündet. Ja, also war damals der Leidtragende sozusagen dieser Etappe, die hat ihm da den Vuelta-Sieg gekostet, bin gespannt, ob es in diesem Jahr auch jemanden da den Vuelta-Sieg kostet. Ja, aber ja gut, also dieses Wissen hatte ich jetzt nicht, bin gespannt, aber auch da wieder warten wir, haben wir mal die Dinge, die da kommen, ich vertraue da einfach mal den Planern und am letzten Tag dann nochmal, ja, 100 Kilometer flaches, flache da dran. Ja, Tudor Noir. Ja, Tudor Noir. Haben wir sehr unterschiedliche Meinungen zu, da werden wir auch nie wieder zusammenkommen. Ja, aber übrigens, letztes Jahr ist da die Vuelta mit einem Zeitfahren in Santiago de Compostela zu Ende gegangen, also da hat man bei der Vuelta so ein bisschen mit dieser Tradition gebrochen, dass man die letzte Etappe in Madrid stattfinden lässt, auch mit so Tudor Noir. Ja, dieses Jahr ist man da zurückgekehrt und letzter Sieger in Madrid bei der Vuelta war Pascal Ackermann im Jahr 2020. Das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Wo finde ich denn jetzt, hier finde ich die Startliste. Sollen wir mal durchgehen, wer uns da auffällt, wer uns da nicht auffällt. Ja, Roglic fährt doch, hatte ich nicht auf dem Schirm. Wurde heute beschlossen, ja, also hat er bald der Tudor. Dann brauche ich nicht so ein schlechtes Gewissen haben, dass ich es noch nicht wusste. Nee, da bist du, wie soll ich sagen, erwischen wir dich jetzt ein bisschen auf dem falschen Fuß vielleicht auch, aber es ist ja gar nicht schlimm, weil das eine relativ druckfrische Meldung noch ist vom Tage. Und hat er bei der Tour de France diesen Sturz und ist jetzt auch seit kurzem eigentlich erst wieder im Training, also ist zumindest die offizielle Angabe, wann der wieder genau trainiert hat. Und vielleicht auch auf der Rolle wird man vielleicht auch nicht so bewusst von Teamseite aus mitteilen, aber es ist so, wie soll ich sagen, eine Blackbox. Also man weiß nicht, was mit ihm ist und in welchen Form stand er. Aber wenn sein Helm richtig sitzt, ist er eigentlich immer jemand, den man zumindest in die Top 5 einsortieren kann. Wenn sein Helm sitzt und er nicht auf den Hosenboden fällt, immer ein guter Kandidat. Ja, zumal er Geschichte schreiben könnte. Also er könnte jetzt zum vierten Mal in Folge die Vuelta gewinnen. A, hat das sowieso keiner geschafft, die viermal in Folge zu gewinnen. Und B, würde er dann, meine ich, auch mit dem Rekordsieger Roberto Eras gleichziehen. So, so. Auch wieder was Neues dazu gelernt. Also es ist ja kurios, obwohl die Vuelta eigentlich für Roglic immer so ein Trostpflaster mehr oder weniger gewesen ist. Also er will ja mal die Tour gewinnen, aber irgendwie fliegt er da entweder raus. Liegt ihm besser? Das mag sein, ja. Vielleicht liegt er da weniger. Es liegt ihm besser, weil er weniger liegt. Und so auf dem Asphalt. Ja, also wenn du so in die Geschichtsbücher eingehst, es gibt immer noch schlimmere Methoden, in die Geschichtsbücher einzugehen. Also wer weiß, ob es noch kommt. Aber insofern finde ich das. Und wenn ich mir hier so angucke, bei den Buchmachern scheint er auch der große Favorit einfach zu sein. Das ist absolut so, aber obwohl das natürlich auch ja wenig aussagekräftig ist, jetzt sage ich mal. Also wo man, also das ist sowieso schwierig jetzt vorauszusagen, finde ich, einen über den anderen zu heben von den Favoriten da, weil man hat da wenig irgendwie Ergebnisse, an denen man da Belastbares festmachen kann, finde ich. Also zumal bei Roglic, da verstehe ich das dann jetzt auch nicht. Klar, der Buchmacher geht dann auf Nummer sicher, gibt ihm eine niedrige Quote, weil klar, wenn er dem da irgendwie eine Zwölferquote oder sowas reinhaut, dann wird natürlich jeder darauf wetten. Und bei Roglic ist es natürlich immer möglich, dass der wirklich in super Form ist und ist auch ein Fahrer, der die Vuelta gewinnen kann. Dann wird er denen lieber am Anfang immer eine niedrige Quote geben. Aber nee, wie gesagt, es ist schwierig, da jetzt einen herauszuheben. Aber beim Team Jumbo Wismar fällt mir noch ein oder ist natürlich für die besonders, dass es jetzt auch in den Niederlanden startet. Also wenn die auch noch besonders motiviert nochmal sein, vor allem beim Mannschaftszeitfahren auch gleich da, sich da das rote Trikot zu holen. Ja, und dann natürlich wird ein Niederländer Mike Tennyson oder Robert Kresing mit ganz einer Wahrscheinlichkeit als Erster über die Zielinie fahren, wenn sie das einigermaßen gebacken kriegen. Wobei ich da im Team Jumbo wenig Sorgen habe, dass die das organisiert bekommen. Ja, welche Teams, also ich habe gerade so durchgeguckt, während du so referiert hast und ich habe für mich schon meinen Sieger der Herzen rausgemacht. Und zwar zwei, also zwei Fahrern möchte ich die Daumen drücken. Einer völlig, also nee, ja. Aber das machen wir später noch. Wen haben wir noch so einen Favoriten? Ich orientiere mich jetzt ein bisschen an den Buchmachern, weil die haben ja meistens, zumindest nicht ganz falsch. Erwärter eigentlich. Ja gut, Erwärter Pool ist so eine Sache bei großen Landesrundfahrten. Und bislang konnte er noch nicht das zeigen, was er bei kleineren Rundfahrten oder ein Tagesrennen macht, nämlich die Konkurrenz im Grund und Boden fahren. Da wurden ihm doch recht schnell die Grenzen aufgezeigt. Und ich schreibe ihm das ja schon zu, auf lange Sicht, so ein Fahrer für drei Wochen zu werden. Wenn er noch ein bisschen seine Kräfte besser einteilen kann. Aber ich finde, er ist einfach im falschen Team dafür. Das ist eine interessante Frage. Also ich bin völlig bei dir, dass das ein Fahrer ist, der wirklich auch, also der eine Grundtour mal gewinnen kann. Im Moment aber noch nicht. Also ich halte es auch für völlig überschätzt bei den Buchmachern, dem so eine hohe Quote zu geben. Ich meine klar, den kannst du wahrscheinlich fast jeden zweiten Tag auf den Tagessieg setzen. Aber so insgesamt für eine drei Wochen Rundfahrt halte ich den einfach noch nicht, entweder noch nicht für gefestigt oder seinen Körper noch nicht genug, so für lange Belastungen ausgelegt oder, oder, oder. Ob das aber am Team liegt oder ob er sich zu wenig sagen lässt, so wie Pogacar da bei UAE man sich gedacht hat. Ob du den in irgendwie ein anderes Umfeld bringen musst, im Sinne von komplett anders, wo er nur noch Befehle entgegennehmen muss. Ich weiß es nicht genau, aber vielleicht würde ihm man auch, wenn man ihn komplett in ein anderes Team verfrachtet, vielleicht würde ihm auch so, Heimweg klingt blöd, aber vielleicht würden ihm dann auch so bestimmte Teile fehlen, die ihm dann. Ich finde einfach, die Mentalität der Mannschaft ist nicht dafür gemacht, um eine Grundtour zu gewinnen. Also man muss ja nur die Aussagen von Patrick Lefevre in der Presse verfolgen, was er priorisiert an Rennen und was er so von Grundtour-Siegen hält, nämlich nicht sehr viel, muss man ganz ehrlich sagen. Und dementsprechend kauft er dafür auch nicht die Fahrer ein. Also, wenn man sich jetzt die Wolter-Mannschaft mal anguckt von Quick-Step-Alpha-Viniel, gut, das ist jetzt nicht die stärkste Mannschaft in den Bergen, ist jetzt auch nicht die schlechteste, ist ein ganz ordentliches Team, sage ich mal. Und dann aber doch eher von den Fahrertypen her auf ein Tagesrennen ausgelegt. Und ich würde auch bei der Mannschaft jetzt mal nicht nur Remco Evenepul, sondern vielleicht auch noch so als Geheimtipp für die Gesamtwertung Alaphilipp ins Rennen werfen. Wenn du dir die Etappen anguckst, das sind viele Etappen, die am Ende nur einen Berg haben, die so Panschören auch liegen vielleicht. Und Alaphilipp hat ja schon mal bei der Tour 2019 gezeigt, dass er auch ganz lange im Clasmon mitfahren kann. Ist natürlich die Frage, wie er sich nach seinem schweren Sturz da bei Lüttich, Bastogne Lüttich erholt hat. Hat auch schon ein Rennen wieder gewonnen bei der Tour de Wallonie. Ist jetzt vielleicht nicht der Maßstab, aber vielleicht einer, der so ein bisschen im Clasmon unter dem Radar fliegt und für eine Überraschung sorgt. Interessanter Gedanke. Ich hatte jetzt auch eben, als ich gelesen habe, Philipp, habe ich auch gedacht, naja, wird das was? Also so viel hat er jetzt nicht seit seinem Sturz von sich hören lassen. Aber ja, also von den Anlagen her auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil bei einer Vuelta, die auf dem Papier jetzt vermeintlich nicht ganz so schwer ist, wie sie schon mal war. Ja, interessanter Gedanke. Wen haben wir denn da noch? Ansonsten würde ich bei den Favoriten fast so, oder mein Wunschszenario wäre so ein bisschen die Revanche für den Giro. Also Hindley gegen Carapaz. Carapaz, ja, auch bei mir schon ganz groß. Ich möchte einfach die komplette südamerikanische Armada aufziehen sehen mit Uran, Quintana und Carapaz. Ja, also die sind, also zumindest Quintana ist ja auch dabei. Uran weiß jetzt noch nicht genau, da hat das Team EF Education Easy Post das Aufgebot noch nicht bestätigt. Okay, okay, ich habe ihn jetzt nur in der Startliste hier gesehen bei Pro Cycling Assets, deswegen habe ich gehofft, dass das auch sein wird. Also das ist so meine große Hoffnung, dass die gerade auch bei den Hochgebirgsetappen und bei den Etappen, die weit über die 2000 gehen, ihre Qualitäten ausspielen. Ja, aber wenn du das nur anguckst, das Team Ineos Grenadiers, auf dem Papier die stärkste Mannschaft für mich. Die haben Carapaz, Luke Plapp, Ben Turner, Ethan Hayter, Pavel Sivakov, Theo Geo Gegenhardt, Carlos Rodriguez und Dylan van Baale. Also man darf ja auch nicht vergessen, Theo Geo Gegenhardt hat schon mal den Giro gewonnen und vielleicht schafft der es ja auch mal wieder so in diese Form zu kommen. Dann hätten sie noch einen zweiten Kandidaten und Pavel Sivakov hat zuletzt die Burgos-Rundfahrt gewonnen. Ist jetzt auch vielleicht mal an der Zeit, dass der bei den großen Landesrundfahrten den Durchbruch schafft. Und dann haben sie noch Carlos Rodriguez für die Berge, eigentlich so mit Juan Ayuso zusammen das größte Talent aus Spanien. Definitiv haben die einfach genug Material. Also wenn die noch vier, fünf Fahrer, der ersten, also so vier, fünf gute Fahrer könnten die zwei Mannschaften mit den Leuten aufmachen und hätten noch genug Siegfahrer mit dabei. Wurde ja auch viel spekuliert. Für Egan Bernal hat es jetzt noch nicht gereicht für die Vuelta. Aber ich finde es schon sehr erfreulich, dass er jetzt dann, Tag der Aufzeichnung ist, jetzt am Montag, am Dienstag, dann morgen sein Comeback bei der Dänemark-Rundfahrt gibt. Er war doch auch im Gespräch für die Deutschland-Tour, oder? Auch, ja. Also ob das jetzt dadurch ausgeschlossen ist, weiß ich nicht genau. Aber er sitzt wieder auf dem Rad im Rennen. Könnte natürlich auch sein, ja. Du sagst also das Comeback von Carapaz gegen... Hindley. Hindley, genau. Ja. Was für eine Rolle wird Bura spielen? Buchmann, Etappenjagd? Auch? Igitta und Hindley? Ja, ich denke, die gehen wieder mit so einer Dreier- oder fast Viererspitze ins Rennen. Also sie haben für die Gesamtwertung potenziell Hindley, Buchmann, Igitta und Keldermann. Also vier Fahrer, ähnlich schon wie beim Giro d'Italia, wo das ja schon sehr gut geklappt hat, wo sich das dann nach und nach ausgebildet hat. Und ja, also wenn Jai Hindley wieder diese Form hat, dann sind wir mal ehrlich, also wenn der so fährt wie beim Giro, wird es schwer, den auch zu schlagen überhaupt. Ich sehe nicht viele Fahrer, die bei dessen Stärke, wenn der so gut ist wie beim Giro, den schlagen können. Auf der anderen Seite hat das Team natürlich auch mit Sam Bennett und Danny Van Poppel zwei schnelle Sprinter dabei, was ich so ein bisschen als Wermutstropfen sehe. Weil, ja klar, man muss natürlich Sam Bennett, wenn man ihn jetzt neu verpflichtet hat oder wieder zurückgeholt hat vor der Saison, auch so ein bisschen was bieten, dass der nicht ganz den Stinkstiefel dann macht. Ja, weil Werde, eine Etappe, zwei Etappen, aber Gesamtsieg, glaube ich, kann es nicht sein. Nein, also ich glaube nicht. Also ich glaube, die Strategie vom Team Movistar wird so aussehen. Sie werden versuchen, mit Enric Maas in der Gesamtwertung vorne zu landen und Valverde wird sich irgendwo Rückstand einfangen und dann versuchen, Etappen zu gewinnen, weil deren Ziel ist es, so viele UTI-Punkte wie möglich bei diesem Rennen zu machen, um dann mit diesem Abstieg aus der World Tour nichts mehr zu tun zu haben. Und da ist es optimal, wenn du einen vorne hast in der Gesamtwertung und einen, der dir Etappen gewinnt und das ist die Rollenteilung zwischen Maas und Valverde. Milanko Lopez haben wir noch bei Astana, der vorne mitspielen kann. Also weißt du, was ich gerade so feststelle, wenn ich das so alles durchgucke? Ich bin das erste Mal, glaube ich, seit wir zusammen diese Grundtouren machen, nicht in der Lage für mich einen klaren Favoriten auszumachen. Nö, kann ich auch nicht so. Ja, ne, also ich kann dir sagen, so dem drücke ich die Daumen und dem drücke ich die Daumen und das werde ich machen, aber ich kann keinen Favoriten auszumachen. Also ich kann nicht, selbst Roglic, der ja vermeintlich oder auf dem Papier oder bei den Buchmachern oder zumindest von dem, was er schon gewonnen hat, schon so eine gewisse Ausnahmestellung hat, fällt runter einfach durch seine Verletzung und dessen, dass man sich seiner Form gewiss ist. Also ich kann da im Moment so, also ich werde gleich Favoritentyp, werde ich freilassen. Ganz schnell, ganz knallhart. Ist das schwierig, ja. Meine Oma ist kein Favorit. Ich will noch so zwei, drei andere Namen in den Ring werfen. Ja, wir hatten ja noch nicht genug, klar. Das wäre so der Nächste, den ich auch gesagt hätte, der war jetzt auch Burgos Rundfahrt, hat er die Bergankunft gewonnen an den Lagunas de Nela und dann noch Team UAE Emirates. Joao Almeida ist für mich ein heißer Kandidat, jetzt mal eine Grand Tour auch zumindest auf dem Podest zu beenden. Und dann Grand Tour Debüt bei UAE Team Emirates von Juan Ayuso, wo man ja schon immer so sagt, mit 19 Jahren das Wunderkind des spanischen Radsports, zuletzt auch wieder ein kleineres Rennen in Spanien gewonnen. Und ja gut, hat auch bei den Rundfahrten schon große Erfolge, was heißt große Erfolge, große Erfolge für sein Alter, soll man so sagen, gefeiert. Also beispielsweise Tour de Roma und die auch die Nachwuchswertung gewonnen, vierter in der Gesamtwertung, also Potenzial ist da und ich bin mal gespannt, wo der jetzt bei der Vuelta landet. Dann haben wir noch so einen John Degen, also aus deutscher Sicht, John Degenkolb ist mit dabei, Nikias Arndt ist mit da, also nur Degenkolb, der uns jetzt, sag ich mal, vorsichtig bei der Tour nicht übertrieben aufgefallen ist. Man darf aber nie vergessen, John Degenkolb hat schon zehn Etappen bei der Vuelta gewonnen. Ja, genau, also Nikias Arndt und Degenkolb für das Team DSM als deutsche Fahrer mit dabei, also kann ich das ja eigentlich auch nach Ländern sortieren, nee. Ja, Marco Brenner ist auch noch dabei. Ja, natürlich beim Team Bora Buchmann, Jonas Koch, wen haben wir denn noch, hatten wir noch, nee, das war's auch schon, Jascha Sütterlin? Das war's, ja, aber ist ja noch nicht offiziell bestätigt, also. Okay, ich orientiere mich jetzt nur an der Liste, die wir hier haben. An der vorläufigen Startliste, klar müssen wir mit arbeiten, Pascal Ackermann, der hat sich jetzt bei seinem Sturz scheinbar nicht so schwer verletzt, hat natürlich eine Riesenchance jetzt, weil er in dem Team die volle Sprintunterstützung hat, also er hat da zwei, drei Leute an seiner Seite, die ihm da im Finale auch helfen werden. Ja, das war so der Überblick, dass wir den Ritt durch die Gemeinde, den wir jetzt gemacht haben. Wie gesagt, ich würde ja gerne noch angeben, wen ich, wer mein Favorit ist, aber diesmal kann ich's echt nicht, also muss ich passen. Also, ich hab keinen Blass und Schimmer. Ich hatte noch nie, dass ich so wenig gedacht hab, also ich, ich, ich sag jetzt so einfach aus dem Bauch heraus, aber weil das, ähm, ein bisschen blöd ist, weil ich dem ja auch, also ich glaub, Carapaz wär für mich ein ganz heißer Kandidat aufs Podium, ähm, Simon Yates vielleicht auch, den haben wir auch noch nicht so richtig erwähnt. Hm, ich glaube, er, Simon Yates macht wieder den Yates bei der Welt, weil der Welt schon bei San Sebastian so gut in Form, also jetzt auch bei den Rennen davor, also unmittelbar nach der Tour schon richtig gut in Form, dass ich fürchte, dass es hinten raus mit der Form wieder eng wird bei ihm. Dann sag ich Carapaz für Alaphilippe, vor Jai Hindley. Hm, ja, guter Tipp, also ich würde auch sagen, ich bin mal... Warte, 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 ich muss noch notieren, ich muss noch notieren, bevor ich's vergesse, ich bin da so, vergesse ich, Car, ich kürz mal ab, Cara, vor Alaphilippe, vor Hintley, so, damit wir das schon mal festgehalten haben. Und bei dir? Ähm, ich bin mal mutig und sage, ähm, Jai Hindley schafft was ganz, ganz seltenes, nämlich gewinnt Giro und Vuelta in einem Jahr, was meine ich zuletzt 2008, Alberto Contador gelungen ist und davor auch nur ganz wenigen Fahrer. Und dann kommt, äh, Carapaz vor Roglic. Mhm, mhm, mhm. Wem drückst du die Daumen? Ich drücke die Daumen, äh, Nibali, weil Werde... Oh Gott, die Altherrentruppe. Ja, also das, ich kann's ja verstehen. Und, äh, Marco Brenner. Und eigentlich müsste ich Chris Froome auch noch auffüllen. Ja, stimmt, den kann man vergessen. Hui, da hast du aber, mein Gott, da hatte ja manches Team ist zusammen nicht so alt wie die. Ja, aber ich hoffe, dass es so richtig, dass die früh alle Zeit verlieren und dann jeden Tag in den Bergen Alarm machen. Ähm, ich tippe, oder wenn ich die Daumen drücke, jetzt hab ich hier, ne, ne, ne. Wie ich schon sagte, Carapaz, ähm, ich bin gerade ein bisschen südamerikanisch unterwegs in den letzten Jahren, ähm, und, äh, Carapaz, äh, wie immer, wenn er irgendwo startet, Rigoberto Uran, warum, äh, Tradition, ähm, äh, und, äh, 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 ich glaub, ich mag auch noch Quintana die Daumen drücken, weil ich mir vorstellen kann, dass er das Rennen beleben kann. Na, hat's ja schon mal gewonnen, doch. Ja. Ja, was gewinnt, weiß ich nicht, aber ich glaube, der kann so, da sind mehrere Etappen, wo ich mir denke, dass der, ähm, selbst wenn er nicht die gesamte Rundfahrt gewinnt, aber da ein belebendes Element sein kann. Gut, haben wir das alles. Schön. Dann kannst du jetzt anfangen von mir aus. Also ich wäre, ich wäre soweit. Äh, was sind noch die anderen Rennen, die kommen, äh, dieser Zeit? BEMA Cyclassics. Ja, nicht Bremer, sondern BEMA Cyclassics. Was ist das denn? Ich weiß natürlich, was es ist. Wie sind die auf den Namen gekommen? Ist das irgendeine Firma? Äh, ich denke mal, es ist der neue Hauptsponsor. Lustig ist ja auch hier bei Pro-Cycling-Stats, heißt es Rennen BEMA Cyclassics, aber auf dem Logo sind Euro-Eis Cyclassics, also haben sie scheinbar das Logo noch nicht ausgetauscht, oder? Kurios, was ist denn BEMA? Also, also die machen ihren Job nicht sonderlich gut, wenn man nicht weiß, was die für, also überhaupt nichts, also sagt man überhaupt nichts. Nee, zumal es für die Hälfte der Hamburger ein Ärgernis sein wird, wenn sie sich da beim ersten Mal verlesen und Bremer lesen. Bist du da eigentlich mal gestartet? Nee, ne? Bei Cycle? Nein. Du? Ja, du bist doch einmal. Ja, ich bin da 2006 oder so, oder 2007, irgendwie sowas. Also, unfassbar kaputt gefahren habe ich mich da. Ja, BEMA Cyclassics, dann die Britannia-Klassik in Frankreich. Ja, und nicht zu vergessen in München bei den European Championships am Mittwoch die beiden Zeitfahren, Damen und Herren, wo ich auch selbst da sein werde und dann auch jetzt, ja, die anderen Wettbewerbe, das Frauenrennen am Wochenende noch und die Bahnwettbewerbe. Also, wenn ihr bei den Wettbewerben seid, am besten erreicht man dich, glaube ich, dann in solchen Fällen via Twitter einfach kurz antwittern. Ja, das hat auch schon sehr gut geklappt, muss ich sagen, weil mir hat ein Hörer, das ist meine ich, geschrieben auch und nach einem Platz, an der Martin Lutz hat mir geschrieben, einen Platz an der Strecke gefragt oder beziehungsweise wo man sich am besten hinstellen kann und, ja, hat mir auch zurückgeschrieben, dass er da scheinbar eine ganz gute Stelle dann doch noch gefunden hat. Also, der Thomas ist einfach der umfassende, allumfassende Genie, den könnt ihr alles fragen, was mit Radsport zu tun hat. Ja, so ist er nicht. Bitte? Jetzt lass mal die Tapete an der Wand. Die Tapete an der Wand? Ich habe hier gar keine Tapete. Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es aber eine Spinne an der Decke. Ach ja. Gut, also, wir werden uns kurz schließen, wann wir das nächste Mal sprechen, off the Mikrofon, aber meistens ist es ja so, dass man sich bei der Grand Tour so um den ersten Ruhetag herum dann wieder zusammenschließt, insofern erzähle ich euch dann auch nichts Neues, dass es so um den Dreh rum müssen, geben wird. Wie gesagt, Aufnahmedatum ist heute Montag, der 15. Veröffentlichung, wahrscheinlich Mittwoch, der 17. Dementsprechend kann sich zwischendurch noch etwas getan haben. Seht uns nach, wenn es dann auf einmal heißt, dass Carapaz, Uran und Quintana alle nicht starten, weil sie gemeinsam auf einer Hochzeit in Kolumbien waren und deswegen jetzt alle doch noch eine schwerwiegende Infektion bekommen haben. hoffen wir es nicht, aber solche Unabwägbarkeiten sind in der heutigen Zeit natürlich möglich. Deswegen passt alle auf euch auf, bleibt gesund, passt auf eure Lieben auf und Thomas, vielen herzlichen Dank und uns allen eine schöne Vuelta. Tschüss. Tschüss.